ich glaube es ist einfacher wenn ich den hier mache ja das war geplant nicht das kann sich nur um stunden handeln so ja perfekt okay jetzt für noch drei rote münzen keine ahnung wo die stecken und hier ich glaube nicht diese kamera drehungen das war auch wieder knapp so so jetzt geht es darüber und mal gucken ob da noch paar rote münzen ich weiß jetzt bei der welt manchmal gar nicht wo die sind ich bin viel zu wackelig da ist noch einer da ist noch einer ah da sind zwei sogar ach verdammt so wie komme ich darüber jetzt ich habe Schaden davon? Oh, diese Kamera! Ah, verstehe. Ähm... Das ist nicht gleich so... Oh Gott, das wird... Das wird nichts. Ich kenn mich und mit dieser scheiß Kamera wird es erst rechts nichts... Ach, der ist über dem! Wenn ich das richtig sehe... Oh Gott! Na ja. Machen wir erst mal die roten Münzen. Oh Gott, Kameral! Uff... Meint ihr, ich kann das geschickt einfädeln, dass ich genau auf diese roten Münzen falle? Bestimmt nicht. Oh Gott sei Dank, ey! Uff... Uff, uff, uff... Das war jetzt... Lebensmüde von mir, aber okay. Hier ist der Stern. Here we go! Here we go! So, weiter geht's. So, weiter geht's. Flieg ganz genau. Also, die wollen bestimmt, dass ich dann dieses mit den Gittern noch flieg. Das sah mir zu gefährlich aus. Oh, du blöder... Ah, lieber nicht. So, weiter geht's. Das, erstmal wieder hoch zu dieser Bum-Bum... Puh, volle Konzentration. Ich glaube, ich darf nicht zu hoch. Ich darf es nicht zu hoch machen. Ich glaube, ich bin schon dazu. Ja! Ey, ist nicht euer Ernst! Ist nicht euer Ernst! Wo kommt das denn her? Ach, ja, Mama Mia! Wo kommt der denn her? Was war denn das? Ich glaube, ich mache erst mal noch was anderes. Was ist denn das jetzt für eine Einstellung hier? Ach, diese Kamera. Das war der größte Leg ever. Schön, dass sie hier alles gefixt haben. Oh, ich bin mir gerade echt, wie ich es mache. Ich glaube, ich hole mir erst mal den Stemm noch. Lass dich doch einfach fallen. Ach, hat er nicht gemacht. Nochmal. Puh. Das ist wieder oben. Okay, perfekt. Perfekt. Genau, so will ich es haben. So will ich es haben. Hallo, Sternchen! So, der nächste. Schon nochmal zehn Sterne. Ja, ich bin ein bisschen arm. Ich gebe es zu. Aber ich muss mich hier auch wieder einfuchsen in das Spiel. Okay, es ist Jahre her. Ach, das war... Ach, das war das Fliege ins Blau. Oh, ich kann... Oh, hier, jetzt. Hm? Oh, Hogan, wer ist da? Wer hat mich geweckt? Eigentlich sollte ich um die Tageszeit schlafen. Aber da du mich schon geweckt hast, wie wäre es dann mit einem kleinen Rundflug um die Burg? Befinde ich mich direkt über dir? Springe und halte den Sprungknopf gedrückt. Lass ihn los, um wieder frei zu sein. Ich transportiere dich, solange es meine Kraft zulässt. Beobachte meinen Schatten, um dich zu orientieren. Eija, das ist ja cool. Ey. 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 Ja, ich... Ach. Ha. Geht das jetzt mit den Schatten? Ich sollte hier jetzt mal loslassen, aber... Keine Ahnung, wo der Huf liegt. Ha. 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 Steuere ich das? Nee, das steuere ich nicht. Ich... Ich hab hier überhaupt keinen... ...Einblick drauf. Ha. Hey Mann, Mario, mir geht die Puste aus. Du isst zu viel Pasta. Bitte lass los. Ich muss mich erholen. Sofort. Bis später vielleicht. Ist nicht sein Ernst. Ich konnte hier gar nichts sehen. Ich konnte hier gar nichts sehen. Ja. Mama Mia. Diese Eule kann was erleben. Was war denn das hier bitte fair? Ja, du blöde Eule. Ja, 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 ja. Ich konnte hier gar nichts sehen. Ja. Ja, toll, danke. Wo ist denn jetzt die blöde Kack? Kann ich mir bitte sagen, wo der Himmel? Ich kann es gar nicht erkennen. Das war echt mehr wie knapp. Das war echt mehr wie knapp. Kost zwei, wecke die Eule. Super. Jetzt hab ich schon elf Sterne. Was ist jetzt die letzte Aufgabe? Ich störe die Felswand. Welche Felswand? Welche Felswand? Oh, welche Felswand war das denn? Uff. Uff, das war knapp. Ähm. Welche Felswand? Was war das denn nochmal? Oh, diese Kamera. Oh. Oh, kann man diese Kamera einfach ausschalten? Die nervt mich so. Ja. Welche war jetzt diese Wand? Boe. Mhm. Das war's hier. Nee, hiermit hat es nichts zu tun. Ah, dann war es irgendwo oben, aber ich weiß echt nicht mal was. Ja, ich werde diese 100 Münzen in jeder Welt, denke ich, separat sammeln. Ähm, ich mache erstmal hier diese Hauptmission durch und dann mache ich immer erstmal das, wonach mir der Sinn stehe, also erstmal das, was verlangt wird. Das war knapp. Und dann mache ich das andere. Äh, ich muss ja immer die Münzen so oder so neu aufsammeln. So, das war jetzt nur das Hochklettern. Was war die Wand? Ich störe die Wand irgendwas. Welche Wand? Oh Gott, ich glaube am Ende kann ich das auch nur später erst machen. Äh, es ist schon viel zu lange her. Hoppala. Da habe ich jetzt geschlafen, ja. Das ist nochmal. Gibt's hier keine Wand. Upsala, mal wieder. Ist ja knapp. Ich weiß es echt jetzt nicht, welche die Wand war. Na gut, dann sammle ich heute mal jetzt die Münzen ein. Soll ich jetzt gleich noch mit den leichtesten hier sein. Ich glaube, da brauche ich alle Münzen hierfür. Ja, das ist einfach. Einfach nichts tun und Münzen sammeln. Ha. Kenn ich von der Arbeit. Ähm, nein. So, wo habe ich hier meinen Überblick? Gar nicht mehr. Ach, diese Kamera. Ich sammle hier erstmal das nervigste ein, würde ich sagen. Ich weiß auch gar nicht schon, was ich eingesammelt habe. Da unten muss ich glaube ich noch alles sammeln. Ach, vor allem die blauen Münzen, die darf ich nicht verkacken. Genialer Laufzeit. Achso, dann haben wir jetzt wieder alle... Mein Leben, mein Leben! Och nö. Ja, dann wieder von... Warte mal, ich mach das gleich mal mit dem... Ob das auf Zeit geht. Warum rutscht der denn wieder? Och, war das knapp. Ist der oben schon gesammelt? Ich glaube nicht. Nein! Och, war das fies. Das war fies. Mega fies. Aber ich glaube dann habe ich die Welt ja fast durch. Ich weiß jetzt echt nicht, welche Wand ich zerstören muss. Ich habe das echt dumpf in Erinnerung. Das muss ich nachher nochmal nach... Mh. Oh, ich glaube das ist... Hä? Passt. Super. Warte mal. Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaadaada. Ne, ne? Och Gott, ey. Ich hasse das. Wieso ist diese Welt auch im Himmel, ey? Der Stern verleiht die zusätzliche Kraft Spielspann steichern. Äh, ja. Super, dann habe ich ja alle meine Münzen. Nee, da sind ja noch mehr Münzen. So, okay, ähm. Ja, welche Wand? Ich erinnere mich nicht mehr an. Das hat wahrscheinlich irgendwas auch mit dem grünen Ding zu tun. Oh, welche Wand war das? Ich erinnere mich echt nicht mehr. Ich erinnere mich nicht mehr an. Genau. Was steht denn da? In den roten und blauen und grünen Blöcken befinden sich verschiedene Mützen. Du musst die versteckten Schalter finden, um die Blöcke öffnen zu können. Ja. Was war das? Was war das? Was? Seit wann kann man sich denn hier porten? Ist das etwas, was ich nicht weiß? Scheinbar, ja. Okay, Mario, da teleportierst da. Okay, jetzt nochmal von vorne. Das ist unheimlich. Ich werde gleich aus dieser Gegend gehen. Irgendwie macht es gerade Spaß, ob ich mich zu teleportieren. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Zeug sein soll mit dieser Wand. Ja, war ja klar. Nee. Bin ich echt überfragt? Und ich kann auch nicht... Ah, jetzt. Kurs verlassen. Warum auch immer das jetzt gerade nicht gehen? Hallo? Warum schenkt mir jetzt hier das Licht? Ich verpasse hier so viel. Oh Gott, ey. Wendfuck einfach. So, Leute. Ich glaube, hier gibt es irgendwie auch gar nicht so wirklich unter mir. Ich weiß jetzt nicht, wo ich als nächstes hingehe. Was war hier nochmal für eine Welt? Die mystische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Mhm. Ach, nö. Schnee und Eis. Schnee und Eis. Kann ich nicht mal. Ähm, Schnee und Eis. Oder was ist hier? Ja. 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 Die mystische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Ja. Wasser. Äh, ich hasse tauchen. Äh, ist eher tauchen oder sch... Oh, da ist ein Todi. Am Beginn dieser Welt erhältst du einen Hinweis, wo der nächste Stern zu finden ist. Du kannst sie in beliebiger Reihenfange sammeln, aber einige erscheinen nur unter bestimmten Bedienern. Nachdem du ein paar Sterne gefunden hast, kannst du dich in anderen Welten umsehen. Mhm. Warte mal, gibt's hier... Ach so. Bums Ruchtfall. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Der sechste fehlt mir. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also ich hab bis jetzt überall nur fünf. Hm. Bevor du weitergehen, solltest du nach den versteckten Scheitern suchen. Hast du sie gefunden, kannst du in allen bunten Blöcken was dann damit zu finden. In roten Blöcken findest du Federkappen, in grünen Titanen Kappen. Mhm. Und in blauen Tarnen Kappen. Allerdings musst du bereit einige Sterne besitzen, um die Schalterpaläste finden zu können. Okay. Oh, ich erinnere mich gar nicht mehr, wo war denn das? Hm. Okay, ich muss ja auf jeden Fall nochmal diesen einen Zusatzstern an der ersten Welt. Das mach ich noch, keine Sorge. Ich will am beliebsten aber erstmal noch... Tauchen, das ist Schiffswrack. Ah, ich hasse Tauren, aber...